So jetzt hier willkommen zu einer neuen Folge von den Testoderos. Mein Name ist Jens und nach dem Intro werden wir uns noch ein bisschen weiter mit SweetCoin kümmern und zwar zeig euch was sich so in der Woche getan hat und wir werden ein Upgrade vornehmen und dann erkläre ich euch auch noch warum das denn Sinn macht. Dann gehen wir eine Runde joggen und dann schauen wir mal wie viel wir denn verdient haben. Nach dem Intro geht es auf meinem Handy weiter. So jetzt hier willkommen auf meinem Handy und zwar genau hier sind wir jetzt bei SweetCoin. Heute stolze für das 46 Schritte gemacht. Ich war wirklich nicht fleißig. Ich habe viel rum gesessen und genau wenn wir hier auf Insights drücken, kann man hier die Historie sehen. Show Preview Steps. So seit dem 20.11. bin ich hier mehr oder weniger aktiv dabei. Man kann hier mal genau sehen, wenn ich denn joggen war. Hier zum Beispiel am 27. November, am 25, am 23. Gestern war ich natürlich faul und habe das verpasst. So und warum wir jetzt ein Upgrade machen. Hier. Ich bin jetzt Mover und kann 5 SweetCoin verdienen. Wie wir jetzt aber gesehen haben, bringt das nicht viel. 5 SweetCoin 5.000 Schritte quasi. Ich mache hier, wenn ich mal joggen gehe, mal 12, mal 13, mal so 12, 13.000 Schritte. Und wenn ich da weiterhin Mover bin und bloß 5.000 Schritte gezählt werden, macht das ja wenig Sinn. Und deswegen werden wir jetzt mal upgraden. Hier Shaker. Try 30 Tage free. Mach ich natürlich. Mal aufdrücken. Genau. Hier 30 Tage für ein neues SweetCoin. Level wird geändert. Okay. Nächste Ladung in 30 Tagen. Genau. In 30 Tagen kostet dann 4,75. Also knappe 5 SweetCoin. Das mache ich mit einmal joggen. Das ist wieder quasi wet. Und im Monat gehe ich auf jeden Fall mehr als immer joggen. Und jetzt werden wir raus hier in joggen. Und dann, nachdem wir joggen waren, werden wir uns mal anklicken, wie viel wir verdient haben. Ob wir denn Tatsache mehr verdient haben. Hier kann man auch sehen, ich bin jetzt Shaker. So, genau. Und hier den werden wir natürlich aktivieren. Hier 20 Minuten. Kann man jetzt den doppelten Fall. Also wenn ich einen Schritt mache, dann zählt er halt zwei Schritte. Und genau den werden wir auch dann aktivieren. Aber erst wenn wir draußen sind und losrennen. So, bis später. So, Leute. Hier noch hinjoggt. Jetzt gucken wir uns mal die Kicken. So, ich habe mein Maximal von heute schon erreicht. Und der sagt mir, ich soll hier schon wieder was updaten. Na ja, und das machen wir jetzt auch direkt mal. Das wäre natürlich total toll. Wenn er jetzt sagt, okay, das von heute, das kriegst du jetzt auch. Mal schauen. Ach ja, das hat man natürlich auch wieder benutzt. So 12.423 wären dann 12 Kilometer. Dann sieht man mich nicht. Das ist auch viel cooler. So, gut. Also bin ich jetzt Quarker. Ich quacke hier sowieso hier rum. Gut. Leute, hier unten noch. Wenn ihr mitlaufen wollt, über den Winter und vor allem über Weihnachten, die fetten Monate, ein bisschen Sport treiben wollt. Denn hier, das ist ein guter Ansporn. Hier ist Streetcoin. Macht das hier unter dem Video. Ist der Link. Einfach anklicken, anmelden. Alles kostenlos. Also, jedenfalls verdient er Geld. Und zum anderen bleibt er sportlich und nehmt ab. Und gerade über Wintertage. Ganz wichtig. Gut. Und dann, ja, sag ich jetzt schon mal, wenn ich das Video gefallen hat, legt mir einen Daumen hoch und abonniere den Kanal. Bis demnächst.